Moin, wir von den Stadtwerken in Leer haben Grund zum Feiern. Unser Wasserwerk in Heißfelde wird 25 Jahre alt. Sauberes Trinkwasser gibt es in Leer natürlich nicht erst seit einem Vierteljahrhundert. Angefangen hat alles in den 1890er Jahren mit dem Bau unseres alten Wasserwerkes. Nach 100 Jahren der Wasserversorgung in der Stadt Leer wurde dann 1997 das neue Wasserwerk in Betrieb genommen. Aus diesem Anlass wollen wir nicht nur zurückschauen, sondern auch in die Zukunft. Wir haben daher für Sie einige Videobeiträge und eine Broschüre erstellt. In einem Video erfahren Sie von der täglichen Arbeit unserer Kollegen auf dem Wasserwerk. Unsere Wassermeister Dieter Wacker und André Bohlen erklären Ihnen, was unser Trinkwasser in Leer so gut macht und warum es für den Ostfriesentee so gut geeignet ist. Aber was ist mit Themen wie Wassermangel und Trinkwasserqualität? Dazu haben wir für Sie eine Diskussion mit zwei Experten zum Thema Pflanzenbau und Trinkwasserschutz aufgezeichnet. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit unseren Videobeiträgen. Uns gibt es natürlich nicht nur digital auf stadtwerke-leer.de. Wenn Sie weitere Fragen mit Bezug auf die Wasserversorgung in Leer oder andere Themen der Stadtwerke haben, dann wenden Sie sich doch auch sehr gerne persönlich an uns. Tianzei Giaoi Giaoi Giai 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 Wir giai